Mein Name ist Birgit Rabenort. Ich bin bei Harting im Global Purchasing tätig und verantworte den Bereich Oberflächentechnik. Harting steht seit 75 Jahren für Qualität und Innovation. Seit 2013 unterstützt uns die Firma TK Oberflächentechnik mit einer Korrosionsschutzbehandlung von solch ein Gehäuse. Herr Dr. Piech, durch Ihren Ehrgeiz und Zielstrebigkeit zusammen mit der Flexibilität und Spontanität haben sich zu einem leistungsstarken Partner in der Harting Welt etabliert. Die heutige Auszeichnung erhalten Sie für Best of Supplier Performance. 99% der Lieferantenbewertung, über 100 Stück seit Start der Zusammenarbeit, sind Atembewertungen. Danke an Sie, Herr Dr. Piech und an Ihr gesamtes Oberflächenteam. Für die erbrachten bisherigen Top-Leistungen. Weiter so. Herzlichen Glückwunsch für die heutige Auszeichnung und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ich freue mich auf die Aufzeichnung und ich freue mich auf die Aufzeichnung und ich freue mich auf die Aufzeichnung.